Hallo... Moment kurz... Und kurz noch Mikro und lauter noch... So... Hallo Leute! Ja, wir spielen wieder Binding of Isaac, letztes Mal. Wir haben schon zwei Durchgänge, einmal mit Isaac, einmal mit Cain. Jetzt nehmen wir mal Magdalene. Ja, Magdalene hat das Item Yum Yum Heart. Das bedeutet, immer wenn ich es benutze, stelle ich ein Herz Gesundheit wieder her. Und das ist komplett awesome! Und jetzt mal fliegen und ausleihen. The bee resuppiert in the basement. Yeah, die Kackbohne! Das sinnloseste Item wirklich! Nee, es gibt noch ein anderes sinnloseres Item. Ja, was war das? So... Und kaputt, man. Super! Ja... Ja... Wir haben auch letztes Mal... ...ein... ...Marm-Pil getötet, das Herz von Marm... ...und kriegen jetzt erstmal... ...PhD, Better Pils! Sauber! Gleich beim Anfang... ...nur guten... ...gute Pille bekomm... ...äh... ...bäh... ...gute Pillen bekommen... ...und alles drum und dran... ...waha! Kommt, wir fies! Los, los, los! Und zack! Und... ...haha! Oh, Entschuldigung... ...haha! Ach, tut mir leid... ...aber... ...das ist natürlich... ...ich das mal niesen muss... Oh mein Gott! Eine Fliege! Eine Fliege! Wie sollen wir das überleben? Oh! ...so... ...alles ziemlich gut... ...schonmal... ...ach genau... ...ich komm und dann schieß es genau in meine Richtung... ...und dann muss das ganze Herz ist egal... So viel Schaden kriegen vom Boss auch nicht, und wenn, dann haben wir noch das Yam Yam Herd. So. Ah, meine Stimme ist ziemlich grau. Maggie vs. Monstro Gang, den hatte ich noch nicht im letzten Spiel, also des Gegners. Und was macht Monstro? Blutspucken, fertig. Ich würde mal sagen, es ist Blut. Ich weiß nicht mal, was Monstro sein soll. Boah! Monstro, ziemlich einfach. Krass, sag ich, hier ist einfach und schon krieg ich eine Fresse. Sauber. Hopp, 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 hopp. Komm. Und hopp. Oh, schade. Jetzt zeige ich euch mal das Item von Aktien. So, jetzt habe ich dein Herz wieder geheilt. Oh. Ha. Ja, Monstro gerult. Ich glaube es jetzt tot. Sauber. Monstro ist zu. Facilitator. Oh, gleich mal Damage ab. Mit Pentagramm. Sauber. 4 Schaden. Jetzt machen wir 4 Schaden. Sauber. Oh ne, ich trink kurz was. Oh, guck mal, Blume. Oh, nein. So, nächste Ebay. Die Doppelfliegen schon. Zack. Ja, Mann. Die einfache Fliegen machen wir jetzt schon mit einem Schuss kaputt. Perfekt. Ich würde mal sagen, der Judo Freis kann kommen. Oh. Ja. Boah, sauber. Das ist ne gute Bunker. Verdammt. Und. Boah, hoho. Nice. Interessant. Sei gut. Und zack. Geht kaputt. Und boom. Alles. Nur ein bisschen Geld. Verligate Brüller. Über Soul Hearts oder... Damage ab hätte ich mich mehr gefreut. Ich brauche echt noch zwei Schüsse nur noch. Mal schauen. Ja, ja, zwei Schüsse. Gut. Bewegt. Guck hier auf und weg. So, und der braucht vier. Also, die brauchen die Farbing immer doppelt so viel. Ich bin schon da, was ich mir schon gedacht habe. Und. Zack, zack, zack. Und was ist das alles? Diese Ebene mag mich. Ja, die Ebene mag mich. Da haben wir schon Steine dazwischen. Die können wir uns nicht treffen können. Wir kriegen Herzen. Und ich kratze mich mal kurz am Ohr. Oh, tut mir leid aber das hatte ziemlich stark hier gerade. Keine Ahnung wieso. Joa. Na, sauber. Kaki auch schon kaputt rein. Und ich hab mal Kaki auch nicht. Kommt rein gehen. Maus. Bruh. Das sind die Gegner von mir verscheuchen. Das kann nicht so gut sein. Und ich hab in den Haufen gekauft. Das hat sich gelohnt. Oh. Oh. Dazu habe ich dann nur 8 Pfennig gelohnt. Okay. In den Job gehen wir nicht. Ich würde dann sagen, hier wäre der Geheimraum. Äh. Geheimraum. Bisher lag ich noch nicht so wirklich falsch mit den Geheimräumen. Finde ich lustig. So, jetzt gehen wir jetzt zum Boss. Und machen den platt. Okay. Ich klicke noch kurz. Achso. Ich hab kurz aufgemacht, dass ich die Geheimräume schon aufnehme. Und. Wohohohohohoho. Boah. Genau. Komm, wir fliegen da. Nimm ich von der Seite. Echt jetzt? Alter. Hallo. Geht doch. Sauber. Und Hundefutter. Und endlich. Geht doch. Endlich. Das ist so ein Raum, den ich euch die ganze Zeit schon zeigen wollte. Das ist der letzte Raum, den wir noch nicht im Spiel hatten. Und zwar der Dämonenraum. Hier kann ich Kerzen spenden und dafür krieg ich Fähigkeiten. Uh, das mag ich. Die Seite mag ich sehr. Nehmen wir's. Jetzt kann ich fliegen. Das ist der letzte Raum. Ohohoho. Dafür lohnt es sich, dieses Item zu holen. Und zack 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 zack. Oh oh. Die fliegen können richtig mal. Sag ich doch. Jetzt haben wir zwei Herzen gespendet, aber. Schau mal. Jetzt können wir über Abgründe fliegen. Das ist sicher zum Beispiel von diesen Gegner. Vor dem Charter. Das ist super. Das ist kaputt. Oder so. Kaputt. Zauber. Alter. Geheimau. Ja, man. Fire it up. wenig was haben wir jetzt maximal ja sofort maximal als erlaufen jetzt bin ich im g-modus ich will mir noch doppelt reden alter beruhig dich bisher habe ich hier nur top 1 gefunden jetzt hier auf der ebene tower was macht der tower noch mal sieht nicht so lustig aus schenkt den angebrochen bisschen wie es aussieht müssen wir gleich mal schauen japp wie ich mir gerade gedacht habe das erhöht die feuerrate aber es senkt auch den angebrochen mal wieder auf sauber nickel bock und hua nein weg geht weg von mir Oh, nöööö, kaputt Oh, du hast du von mir Schauber Super Ging doch gut gerade Grende Maaten und Schießmaaten Okay Ich werde nicht, wer hier als Boss ist Ja, das ist klar Warum soll ich eigentlich wissen, wer als Boss ist? Wer kochen will, wenn ich es wissen würde Hm Ja, das ist ja ziemlich strange würde ich mal sagen Achso, da war ein Stein Aber guck, leider kann ich doch nicht über Stein schießen Dafür brauche ich ein Objekt Jetzt kann ich einfach hier in der Mitte aufschießen und Ach, tu Maaten Und fertig, Schlüssel Ey Oh, Trollbombe Oh, Trollbombe Die Scharzen sind nur halb so stark wie die hier Weil die zu treffen ist schwerer Meiner Meinung nach Zack Und jetzt muss ich zum Beispiel keine Bomben benutzen, um mal ins Kull zu kommen Vielleicht könnten wir mal in den Shop gehen und schauen Was gibt es da Tolles? Schlüssel und Bomben Ah ja, das Buch brauche ich nicht Es gibt zwei Stellen für den Geheimraum und drei Stellen sind verdammt Ich sage, der Geheimraum ist hier unten Nichts, schade Ja, dann ist er neben dem Boss Alle guten Dinge, also drei Geld Ja, geil, nochmal Geld Also der Lauf ist bisher ziemlich super würde ich mal sagen Ja, so muss ich wirklich erwischt Hatten wir schon Schade nochmal, nochmal? Äh, hatten wir Schade schonmal? Schade ist einfach ein großer Charter Den ziemlich stark auf meine Tränen reagiert, aah Und der macht eine Bombe zum Fressen geben Dann boom Und dann macht der boom Sauber Das für sie Super So, oh, noch mehr Tiers Geht aber nicht mehr, oder? Oh, man Sinnloses Item, würde ich mal sagen Oh, ja, meine Stimme ist heute ziemlich kratzig Aber man sollte auch nicht mit der Rachnitz, also mit Rachenschmerzen aufnehmen gloves, dass du leckerst bist, also mit Rachs Oder die Schade kaputt machen kaputt machen nein 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 kaputt machen kaputt machen die pille gegen alles blöder fehler erst hatte ich den töten direkt so ich hatte schon eine pille das ist was für eine pille hier ist super total netz ist sinnlos komm hoch hoch mit hier sauber ok ja dann fliegen wir mal weiter das sind die normalen ebenen da mache ich einfach alles ich weiß ja auf welchen ebenen ich so gerne alles mache und mich besonders aufrege wenn der boss einfach rechts gewesen wäre und ich ganze map durchgesucht hätte sauber fliegen hatten wir glaube ich schon was ist das? gut abgeblockt ach verdammt fast hätte es geklappt nein nein oh ich mache jetzt noch die Made kaputt super ich brauche es dass ich getroffen werde super jetzt geht erstmal in den arena raum was kriegen wir da? truhe bomben ich mache mir den kaputt super ich habe die herzen brauchen wir gleich sofort wieder langsamer so und weiter geht so 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 verdammt körper hoch verdammt körper hoch verdammt verdammt sauber truhe uns geld und bombe nice vielleicht finden wir jetzt einen shop der uns was gutes gibt nein boah über drei zahlen ja das denn der aggression woanders aus nicht an mir mein körper der lava naja behalten wir mal die karte die hatte äh karte gibt nämlich zwei herzen jetzt wisst ihr wieso ich die hasse jetzt keine super jetzt muss ich von oben angreifen zauber geld verdammt verdammt so haha geil jetzt muss ich gleich der shop kommen ja und zockerraum juhu jetzt kann ich gleich zocken 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 Ja, geil! Blablablabla Ähm... Sauber Unter sich dachte irgendwie zu spielen, nicht wirklich, zack Was ist das für eine Pille? Hier ist er schon wieder Ich hab das schon, hier ist auf maximal... Ah, das spielt überhaupt Milch Wo kann hier der Geheimraum sein? Er kann da oben sein oder beim Goldraum Ich würd sagen eher Goldraum Ich glaub Goldraum wird Vorränerraum, wenn es vorzuckt Nein, da ist die Arena Raum So Hä? Sag nicht, das ist hier Oh, Mann Oh, Mann Okay, das ist mit dem Geld Das hat sich schon mal gelohnt Super Dann gehen wir mal jetzt zum Boss 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 Maggie vs Scotty Okay, ihr wisst, dass ich diese Viechämmer als erstes töten muss Jetzt kriegt die den totalen Raster und machen uns ganz kaputt Jaaa Hör auf zu beschwören So, jetzt kann ich mich um dich kümmern Jetzt hast du keine Chance gegen mich Hör auf zu beschwören Und das Beschwören wäre eigentlich der einfachste von allen Und das Beschwören wäre eigentlich der einfachste von allen Das Beschwören regt nur auf einmal, man muss sich dann um die Viecher zuerst kümmern Sag ich doch Wenn man sich nicht um die Viecher zuerst kümmern, wird man verletzt Ich hab mich von der selben Fliege Deswegen beag ich eigentlich den Scheiß auf dem Kopf Okay Hopperben Und Milch So, der Diebst Ich würd mal sagen, wir gehen gleich zum Geheimraum Boom Ja genau Beruhig dich Junge Geh mal Geheimraum Nicht für Geld Oh Der Shopbesitzer Verdammt Verdammt Minus 1 Und los 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 Wow, das war knapp Ja man, nur minus 1 Und BÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄM Plus 15 Es gab dann auch Ja genau Zack Der zweite ist platt Der dritte ist platt Und der vierte ist platt Zauber Ja genau Gib mir doch gleich irgendwelche Mongo Wieso ist der eine gerade gestorben Instant Wieso ist der eine gerade instant gestorben Ich hab ihn nicht mal berührt Schon geil Der eine ist gerade echt jetzt sind gestorben Ne immer das halbe Herz Wieso das ganze verschwenden Und Sauber und noch mehr Geld Ja genau Abgetriebete Babys alter Ja War echt ein Schaden Nein Nein Ich will nicht abgetrieben werden Nein Nein Mama So Ja genau Das ist ein kleines Problem Ja kein Blut Und Ah ne Da ist die Stärkstoffkomponente Die ist schneller Wow Ist genauso schnell wie ich Ja genau Ich glaub genau Ah Fitter ich Genau Ich hasse Die Viecher 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 Sauber So Jetzt kann ich mich um den kümmern Und ich muss mich selbst anweihen Aaaaaah Sauber Zack Zack Dann kann ich mal weiter flügeln Geil Sauber Wir haben jetzt fast schon 99 zusammen Ohne Dass wir einen Automaten gewonnen haben Ich würd mal sagen Kranke Scheiße Ja genau Kranke Scheiße Kann ich durch Die kann man doch wegbomben oder? Nein Nein Die Steine gehen nicht mehr kaputt Ah Früher könnte man auch die Steine Damage machen Dass sie kaputt gehen Also nicht mehr angreifen Ja genau Ich erkund noch Leben Sauber Leben Was ist das? Speed Up! Ja das ist mal akzeptabel Hurraaaa Genau das was ich wollte SuperMG Ähm Oh ich wusste ob ich die vermuten kann Jetzt habe ich doppelt so viele Tränen Uh Ich weiß aber Hat es wirklich eine Veränderung überhaupt gebracht? Ich bin mir da echt jetzt grad unsicher Hopp Und den hier Haha Ja man Das war eine gute Aktion Schön voll geschissen Ich stehe auf sich für die erste Sachen Scheiß Gegner gerne voll So So Und so Und so So Wenn man so Raum hat Sind die Gegner nicht so schwer Ja geil Raum So So Das lief doch schon mal perfekt Boah Diese Runde wird echt gut Wie es aussieht Boah Wir könnten vielleicht noch ein bisschen Damage abgebrochen Und ein bisschen Range up Aber sonst Ist alles perfekt Und ich glaub die Mauswand hat wieder im Bild Die ganze Zeit Tut mir völlig sorry Ja genau Huste doch Jemand anders Voll nicht für mich bitte Oder geh echt zum Arzt Wir fliegen Ich muss echt mal zum Arzt gehen Würde ich sagen Kaum schon Bombflieger hat mir die meiste Sachen vorbereitet Zauber Diesen Schein liegt Und die Karte Tarotkarte Death Nicht schlecht Was die Karte macht Äh Macht Zeig ich euch gleich als Boss Da kann sie recht sinnvoll eingesetzt werden Was sind das Tiefen 1 oder 2 Na ja sehen wir dann gleich Und Das sagt leider nichts Ja genau Egal Egal Hier hast du nur Keine Chance gegen mich Hier hast du nur Keine Chance gegen mich Doktor Remote Das ist einfach so Das ist eine Anzeige Da kann ich eine Pakete steuern Nichts besonderes Ich mag das Item nicht so Ich hab mir gehört das Ich hab mir gehört das Ja viel besser Nauber Hoppa 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 Ja genau Ja genau Ja genau Ja genau Erstmal die Viecher verboten Jagenau Direkt in mein Faced, Bitch! So, jetzt kann ich mich nur auf die Größe konzentrieren. Sauber zwei Schlüssel. Und... Ah, Maggie wird Monster 2. Das ist die zweite Form von einem Monstro. Und jetzt benutzen wir mal DEV und schaffe auf die Lebensanzeige gleich. Öh! Okay, jetzt muss ich jetzt echt noch bei normalen Gegend. Schade, ich dachte nicht so. Jetzt könnte ich uns beim Boss funktionieren. Ich muss schon mal rüber, ja. Und... Laser! Jetzt wieder Laser. Und wieder Laser. Komm, Laser mich an! Ich steh auf Laser. Komm schon, Laser mich an! Jaaa! Ich steh auf Laser. Er zieht es nach am Rand. Schade. Und so will Sigma Monster 2 am besten ganze Zeit hin- und herlasern lassen. Und wenn er lächelt, einfach... wegfliegen. Am besten nach oben oder unten. Oder so kann man ihn auch fallen. Nächeln lassen. Ich wollte er lächelt einfach nach oben. Zack! Und zack! Und... Und... Lucky's Horns! Also Pete in the Basement! Und jetzt haben wir... Rage up! Sauber! Wir haben fast alles voll. Bis auf... Damage! Damage! Das ist echt eines der wichtigsten Sachen. Voll, voll, voll! Damage! Uuuuuh! Wirk ab! Aber fett! Zuerst mal gehen wir... Aaaaah! Sprüh durch! Kock! Kotzt jemand anders an! Sauber! Jetzt kann ich ihn da so töten. Weil die ist nämlich nicht so schwer. Aber wenn die ganze Zeit von Seiten angekotzt wird, ist es schon schwer! Ja genau! Baaah! Nein! Sauber! Oh! Wieder gut Geld! Das ist Lust! Boah! Das fahrt ja gerade schnell! Der verträgt echt gar nichts, der Bot! Für den Schatz! Ranger? Probably nicht! Bad Gas! Das ist mal eine gute Pille! Boah! Ich hatte jetzt was aufgemacht! Und... 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 Zack! Kaputt! Verdammt! Sehr nice! Da haben wir einen Zockerraum! Dafür brauchen wir Herzen! Drei mal! Drei mal! Drei mal! Drei mal! Drei mal! Drei mal! Da habe ich gerade noch ein paar Schatzverlager! Drei mal! Drei mal! Drei mal! Ich spende erst, wenn ich sicher bin, dass ich 100 Leben voll habe. Ja genau, jetzt brauche ich schon mal so ein Herz. Außer ich werde nochmal getroffen, dann kann ich mein Jam Jam Herz bedanken. Oder brauche ich doch nicht. Ah, ich habe noch Soul Hearts gehabt. So, jetzt ist die erstmal kaputt. Ja genau, hust mir das Teil mitten in die Fresse, kleine Bitch. Sauber, Geld, 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 und was kriege ich hier? Ja man, Speilankerheld. Speilankerheld. Mit dem sehe ich direkt, was demnächst auf mich wartet. Automat. Boom. Probe nicht. Schade. Herz wäre schön gewesen. Wir können schon mal abzählen, wie Herz wir haben. Zwei. Äh. Wie hoffe wir schon spenden können? Zwei, vier. Sechs, acht, wenn ich mein Jam Jam Herd. Neun, zehn, schon zehnmal. Bah, krass. Ach, nicht schlecht. Wow, verdammt. Das muss ich schon. Jetzt neunmal nur. Achtmal. Oh, siebenmal. Verdammt. Das hat mich viel Leben gekostet. Ah, verd... Boah, das hat mich viel Leben gekostet. Ja, wein ruhig. Wir machen's nächst aus. So, das Ganze können wir gleich benutzen, dass es sich langsam wieder auflädt. Und jetzt können wir ein bisschen Herzen sparen. Das zoppen. Zauber. Ach, ne Bombe. Kommen wir gleich mal. Eins. Zwei. Ja, zweimal spenden bisher. Verdammt. Das ist jetzt plötzlich Steam Sale. Da könnt' ich mir alles billiger kaufen. Der Hangman. Ja, jetzt bin ich super. Wenn mir jetzt keine Wirkung. Bei der Hangman ist man einfach da nur ein fliegender Kopf. Ja. So. Jetzt kann ich doch mal zweimal spenden gehen. Eins. Zwei. Verdammt. Zocken tun wir erst gleich. Erstmal machen wir es. Diese Bitch ist kaputt. Ich hab mit dir ein... Möchte gern fliegen. Ja, niemand kann so geil fliegen wie ich. Habt ihr es verstanden? Ich bin Oberking im... Ich bin der König im Flugbereich. Alter, fick dich scheiß Fliege. Der ist mir echt hier. Das ist ein halbes Wusstungsjahr, sag ich so. So. Dann können wir uns da schon mal die Sachen holen. Ah, stimmt. Da kann ich gleich nochmal spenden gehen. Da hab ich total vergessen, dass die zwei sind. Jeweils. Zweimal spenden geht noch. Zweimal geht doch rein. Zweimal geht noch. Zweimal geht noch rein. Eins. Zwei. Komm schon. Verdammt. Schade, ich kann ja nicht mehrmals sofort aufs erste Mal klappen. Aber ich will jetzt genauso schnell wie tiefdrehen. Nice. Dann begeben wir uns mal in Richtung Boss, würde ich sagen. Ah ne. Erstmal in Richtung Arena rauchen. Erstmal halt süße Gehirne töten. Und weil ich fliegen kann, macht mir hier Teil nix aus. Boah, jetzt haben wir genug Pumpen. Zauber. Zauber. Komm schon. Zauber. Komm schon. Aha. Hier liegt ein ganzes Herz noch. Also ich geh schon mal spenden. Aber mein Jam Jam wird wirklich gerne behalten. Für den Notfall. Egal, Notfallshaber können wir zocken. Notfallshaber können wir ihm mal noch zocken. Wir haben genug Geld. Alter, ich habe das Gefühl, ich mache mehr Geld, als ich spende und als ich verliere. Ja, das ist auch ein geiler Raum. Aber komm schon, noch einen Raum. Äh, noch einen Raum. Noch eine Runde. Ach, fick dich doch. Freunde, Gedärme. Ich mag euch nicht. Sag ich doch, wir kriegen mehr Geld, was wir brauchen. So. Haar, und Ersatz. Kopfschmerzen. Oh, du bist kaputt. Oh, ihr beide seid kaputt. Ne, da unten ist doch kaputt. Obere ist jetzt kaputt. Zauber. Hermophroditen. Ah, ich mag keine Hermophroditen. Ah. Ah. Wow. Verdammt. sticker. Das sind wirklich schlimm. Es ist unkalkulierbar. Oh genau, bisher kann ich noch ein halbes Herz schwärzen, ein halbes Herz? Okay Sauber Sauber, Sauber, Sauber Und gepackt Nein So, jetzt aber Wir können ein-, zweimal spenden gehen, hört sich doch gut an Wo sollen wir erst nach links gehen? Gehen wir erst mal nach links Seht ihr? Du musst immer aufpassen Boah Zauber Zwei mal spenden noch Und dann kommen wir Ich spende jetzt vier mal einfach Ich muss mein Jamia hört gleich 1 Ach nö Egal Hat sich umsonst genutzt Hat sich umsonst genutzt Und weiter Speedern Speedern Du total sinnlose Pill Damage Up brauche ich Ich brauche Damage Up Oh ich brauche Damage Up Ich brauche Und ich kriege Speed Up Tiers Up Ach verdammt Ich wurde getroffen Ich kenne es Baaah Ich kenne es aimed zu Die Gegner zu messen dafür. Oh, Entschuldigung, ich bin gegen das Video willkommen. Weil die gehen niemand direkt auf einen zu. Und, ja. Da, 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 da. Es wird zwar ein bisschen lame, aber sicher durch sicher. Oh mein Gott. Wir sind schon wieder in der 3,5 Stunde dran. Oh, das hat Manga und Deefs, auch. Ach, ich gehe hier. Die gehen direkt auf mich. Woah, das f***s ab. Ich muss hier den Slime-Blatt die Position tauchen. Oder es töten. Und, wir kriegen... Wir kriegen Leben. Super. So. Nächste Ebene. Der Bomb 1. So, wie geht's jetzt zum Boss? Höhe oder hoch? Schwere Frage. Schwere Frage. Wir gehen nach oben. Hier gibt's keinen Geheimraum, weder Shop noch sonst was. Dann gibt's nächste Ebene. Zockergebende, aber hier ist kein. Ja genau. So, mach dich doch eigentlich kaputt, Isaac. Äh, Magdalene. Maggi. Schenke. Himbevormelade. Huuuuh. Huuuuh. Huuuuhu. Huuuuh. 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 und wir sind erst der erste ebene von bomb ja genau gleich die andere version ich hatte diese teile ich weiß nicht was es darstellen soll strumpf doch noch auf mich zu raschen also ich muss damit ja gut ein einfacher raum hoffentlich so die grenzen sind weg der passt doch mal easy zeig ich doch und jetzt ist er tot und hierhin eine bombe los 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 ich brauche kein geld warte mal sauber ja genau ich komme und spüle mich alle zu blut da spuckt mich halt weiter an ich stehe absolut nicht auf solche spiele sorry aber wieso soll ich mich von alles an einem an monstrum und 2 diese komische baby abtreibungs baby oder magi wird es gar nicht ich habe das einfachste post zu spielen ich habe absolut gar nichts drauf aus nochmal raus zu kommen und zu machen ja genau kommt von da raus halte er kommt gleich so jetzt sehen sich und wieder da hin ja genau wieder hin also ich mache überhaupt kein damage oh man so wenig damage habe gleich selbst wenn ich hier spenden muss dafür halleluja nein oh ich kriege dafür Leben genau ich brauche damage kein Leben ich gehe jetzt rechts entlang ja zweites leben haha zum schluss noch einmal perfekt für das herz würde ich mal sagen ich habe keinen Bock zu kämpfen au hopp ich muss das nicht mit Augen wow sauber sauber komm schon noch ein Raum wo muss ich überleben und jetzt muss ich die da besiegen erstmal auf die Gedärme da kann ich mir jetzt gleich leben fahren versuchen ich habe gelb ich bin die Automat wow das wird sowas eine knappe Sache das heisse ich jetzt schon wow 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 und so so genau schön wird gleich mal Mr. Mega has appeared in the baseball Mr. Mega ich brauche Herzen ich brauche nur Herzen ich kann alles andere von mir behalten ich bin das Geld das macht nur Herzen auch nur Herzen ich bin kein Geld das braucht nur Herzen ich bin kein Geld auch nur Herzen auch nur Herzen Tern Also es ist die Fliege direkt in meiner Richtung gespawntet. Sauber. Richtig fair. Komm schon. Mit zweieinhalb Herzen. Ja! Yes! Geil! Ja, Mann! Ich bin nicht Kayn, aber ich hab trotzdem Glück, Alter. Hammer. Ich darf mir eine gute Pille die Damage ab. Ich hab so ein nichts, aber trotzdem gib mir die Pille Damage ab. Warten nur noch bis ich das letzte Herz bekomme. Das ist voll hart. Au! Mein ganzes Rüstungsherz ist wie dieser eine Motherfucking-Fliegel weg. Maaah! Voll unfair! Hopp! Sauber! Dein Geld! Dein Geld! Oh! Was ist denn mit zu den? Kearse ab! Bist du was? Zack! Ja genau, das habe ich doch erwartet. Bad Gas und Tearser. Super. Sehr, sehr schnell. Oh, ich hatte diese Laser. Laser, Laser, Laser. Und diesmal habe ich keinen Winfreude mehr hilft. Das war kein Damage, Alter. Schaut euch das an. Überhaupt kein Damage. Ah, das ist doch mies. Ich hätte wirklich vielleicht ein weiteres Damage abbekommen sollen. Das einzige was ich hatte, war gleich beim Anfang. Das Auge, ich hoffe ich fixen lassen. Und... So. Nein. Verdammt. Zauber. Oh, dieser. Alter... Das wird ewig und drei Tage dauern. Das sage ich jetzt schon. So... Kaputt. Aber dieses Mal ist es nicht die letzten Mal, wo wir nur mit einem Herz rumkröchen. Dann haben wir eine Chance, und wenn nicht... Wir haben besser gesagt zwei Chancen. Ho! Boah! Ja beruhig dich Ich frag dich echt, wieso die sch... Boah, der war aber schnell Los, 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 los Ja genau Ja genau, aus 180 Grad zieht er möge Okay, es könnte doch knapper werden, als ich gedacht hab Boah, verdammt, verschwindet Sauber Oh nein, ich küsste uns jetzt gleich Sauber Oh, jetzt nur noch flammende Gegner Sauber Ja, die Gegner sind ja nix Ich warte, ich werde gleich von diesem Piki-Töte So Ja man, wir haben's Ja Ja Das zweite Ending Ja 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 Schauen wir uns mal die Kollektion an Schon einige Sachen, würde ich mal sagen Ja 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 Gehen stand Peter Kram Fertweg This said Onion My Reflection Scattel Heap of Meat Unbekanntes Es soll einfach nur das Herzsymbol da stehen nochmal dann magic mushroom, one up, bomb, boom, the compass, lunch, dinner, dessert, schaut mal an, und der Futter, und der Futter, und der Futter, dann breakfast, rotten meat, wooden spawn, die also ich würde mal sagen man sieht sich das nächste mal bei einig auf einig alsochau leute